hallo und einen wunderschönen guten morgen ja ich sitze im schwarzwaldcafé und draußen regnet es hat die nacht wieder ein sahara staubregen gegeben also das ist staub aus der sahara tatsächlich aus der wüste vermengt mit dem regen und das legt sich auf die autodächer nieder und das problem ist eben halt es gibt dann so einen braunen belag kennt ihr aus deutschland vielleicht auch afrika ist hier übrigens nicht so weit weg von der insel deswegen haben wir das also etwas schneller als ihr für die poolbesitzer mal ein bisschen blöde weil das ganze ist dann auch in den pools das hat es dieses jahr schon fünf sechs mal gegeben also wiederholt sich immer wieder und ja kann auch teuer werden also während pool hat also spaß kostet das heißt die poolpfleger müssen jetzt hier wieder flockungsmittel einsetzen weil der staub so fein ist dass er durch die pool filter durchgeht und natürlich die waschstraßen haben jede menge jetzt zu tun weil sobald der regen vorbei ist stehen sie alle wieder an der waschstraße und wollen ihr auto sauber machen ja kommt nicht so gut wenn auf dem porsche so ein brauner belag ist also in diesem sinne wünsche ich euch ein schönes wochenende wir sehen uns heute abend beim bier am samstag alles gute bis dann und wir bleiben dran